So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO und ich habe es letztens sehr verkackt. Ich wäre eigentlich schon längst Level 46 gewesen, da man ja sieben Tage hintereinander ein Foto machen muss von dem Buddy oder beziehungsweise eigentlich von irgendeinem Pokémon. Jetzt war ich bei 5 von 7. Wir haben Rates für Zuschauer gehostet und ich war so fertig mit der Welt. Ich bin dann abends ins Bett und 5 nach 12 fällt mir ein, hä, das ist heute gar kein Schnappschuss gemacht, oder? Geh rein in die App, mach einen Schnappschuss. Okay, 1 von 7. Hat es natürlich wieder von vorne angefangen. Deswegen musste ich jetzt warten, jetzt, es ist gerade nach 0 Uhr, kann ich den siebten Schnappschuss hoffentlich fertig machen. Ich habe den Level Aufstieg, habe die Aufgaben von der Level 43 und 45 Spezialforschung auch so weit, dass ich die hier mit abholen kann. Und was auch ausstand, war 30 Eier zu brüten und ich habe euch jetzt wieder Eier mitgebracht, immer noch auf der Suche nach Garnowil. Und diesmal haben wir nicht 9 12 Kilometer Eier, sondern ganze 12 12 Kilometer Eier. Durch diese Zusatzaufbewahrung könnt ihr jetzt 3 Eier mehr mitnehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist. Wir öffnen das erste 12 Kilometer Ei, Sternstück ist auf jeden Fall an. Und wir haben als erstes hier ein Garnowil mit 6800 Staub. Da gibt es auch massig XL Bonbons dafür, aber schlechten IV. So, steuern wir uns nicht. Ich will eigentlich nur Garnowil Bonbons. Da muss ich nämlich, obwohl Skalük, na gut, ich muss eh ein männliches, ein weibliches entwickeln und ein Lucky. Also Bonbons sind da immer gut, beziehungsweise 150 würden reichen. Jetzt habe ich 453 Bonbons. Gebt mir Garnowil Bonbons, ja. Ja, beziehungsweise lasst mich nochmal Garnowil so brüten. Das sieht auch gut aus. 3 mal 10. Heftiges Pokémon, würde ich sagen. Gleich entwickeln und Mewtwo Raids da mitmachen. Vor allem fragen jeden Tag die Leute, wann kommt Mewtwo in die Raids? Natürlich um 20.02. Hier ein Lavitar 6800 und Lavitar Bonbons. Das ist schön, also auch XL Bonbons, dass wir vielleicht mal ein Level 50er Despo da irgendwann basteln können. Hat 15 Angriff, ansonsten recht unspektakulär. Auf den Staub habe ich gerade gar nicht geachtet. Müsste jetzt das vierte Ei sein. Dann noch ein Lavitar und Bonbons 7XL 5200. Da wissen wir jetzt schon, dass wir kein Lavitar mehr in der Ladung drin haben. Denn, obwohl, 15 XL Bonbons. Jetzt hatte ich sieben, davor habe ich sechs. Sind 13, noch zwei. Die zwei hatte ich bestimmt schon gehabt. Oder so. Hä, wo soll ich zwei Bonbons herbekommen eigentlich? Ich weiß es nicht. Noch ein Skalüc. Jumai mit 8600 Staub. Nehmen wir natürlich auch mit. Hat aber auch wieder schlechte IV. Als nächster Ei. Es geht einfach weiter. Immer weiter drauf und dran. Ein, ich kenne den Namen nicht. Gladiantri mit 9600 Staub. Nehmen wir natürlich auch mit. Ihr seht, es ist noch ein Schatten da bei der Entwicklung. Ich habe gesammelt. Ich wollte dann irgendwann ein Video machen, wo ich die ganzen neuen Pokédex-Einträge hole. Gleich als männlich, weiblich und als lucky. Und irgendwann muss ich auch ein Video machen mit der aktuellen Shiny-Parade. Mit der aktuellen Shiny-Sammlung. Jetzt auch wieder 9600. Auch wieder schlecht. Also beziehungsweise ein Shiny-Update aus den ganzen letzten Events, die so waren. Was man bekommen hat, was man nicht bekommen hat. Was man entwickeln kann. Welche Familie komplett ist. Dass man da auch die Einträge hat, die verschiedenen Farben betrachten. Hier 6000 Staub. Aber auch wieder schlechte EV. Unratütox. Warum nicht? Wenn ich 300 XL-Bomboms hätte von Unratütox, würde ich auch so eins auf Level 50 machen. Kein Problem. Braucht man ja eh irgendwann als Aufgabe. Hat man ja irgendwann als Aufgabe. Aber ohne XL-Bomboms, selbst wenn es irgendein Crap-Pokémon ist, zieht das halt einfach hoch für die Aufgabe. Wenn ihr viel Staub habt. Bevor ihr, weiß ich nicht, wie wollt ihr denn ein legendäres hochziehen? So viele kommen gar nicht in die Raids, dass ihr da 300 XL-Bomboms aus Raids bekommen könnt. Und das Umwandeln ist auch einfach nur mega teuer. 7300 Staub. Hier nochmal dazu. Immer noch kein Garnovel gebrütet für euch. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Nochmal Unratütox. Ja, Garnovel ist selten, okay. Aber immer wenn ich schreibe, ich habe kein Garnovel, schreiben alle drunter, ich habe schon drei, ich habe schon fünf. Ich habe noch keins gebrütet, Mann. Ich brüte immer zu die 12 Eier. Beziehungsweise gut, ich sammle immer, bis ich neun Stück habe. Oder jetzt mittlerweile sammle ich halt zwölf. Und zeige euch das, aber es ist halt einfach nichts dabei. Ja, auch 4800 Staub. Da kriegst du fast mehr XL-Bomboms als normale Bonbons. 48.000 EP gab es sogar. Die Eier sind auf jeden Fall alle komplett leer. Jetzt möchte ich mal, weil es wichtig ist. Wir machen erst mal die, wir machen erst mal den Levelaufstieg. Nicht, dass da noch eine Aufgabe ist, die für was anderes schon dazu zählt. Wir haben also hier drei von vier. Wir brauchen noch einen Schnappschuss. Wir machen einfach direkt mal ein Bild von diesem Shiny Petsneef. Das soll der Abschluss sein. Da kann ich euch hier auch mein Setting zeigen. Dieser komische Niantic AR-Modus, der regt mich auf. Jetzt muss ich wieder zurück. Stürze das Handy halb ab. Wir machen Niantic AR aus. Versuchen jetzt ein Bild zu machen hier. Da seht ihr auch den Hintergrund. Meinen Bildschirm. Hier drüben bin ich. Mikrofon, da seid ihr. Alles dabei. Zack. Da ist der Kane. Erschreckt euch nicht. Wir machen jetzt hier ein Bild. So, JC und James sind auch noch da. Wir gehen zurück. Und bitte. Ah. Das hat funktioniert. Sieben Tage hintereinander. Ach so. Jetzt habe ich das Levelab verkackt. Das müsste ja jetzt direkt reinkommen, oder? Genau. Level 46. Dann gibt es natürlich wieder Belohnungen. 30 Bälle, 25 Toppeleber, 20 Top... Ach, Topdränketoppeleber, Himibären, Brutmaschine, Raidpass und wieder ein XL-Sonderbombom. Plus. Wir gucken uns mal kurz. Verdiene 20 Pladin-Medaillen. Okay, ist auch schon fertig. Was braucht man noch? Verwende Power-Up bei drei Pokémon bis zu ihren maximalen WP. Puh. Jetzt muss ich mal die Leute fragen, die schon Level 47 sind. Welche Pokémon habt ihr gepusht? Auf Level 50. Maximal heißt ja... Äh... Heißt ja drei... Drei Level 50er machen. Gewinne 30 Raids mit einem Team, in dem jedes Pokémon eine andere Art ist. Das würde wohl spätestens am Mittwoch fertig werden, denke ich mal. Dann nehme ich halt irgendein gammeliges Team und dann werden die Raids da fertig gemacht. Ansonsten gewinne einen Stufe 3 Raid. Nur mit Pokémon mit 1500 WP oder weniger. Das zählt aber jetzt nicht. Also wenn ich jetzt ein Fünfer-Raid nehme und wie lauter WP-10 Pokémon reinpacke, zählt das auch. Weil wenn dort steht, lande einen großartigen Wurf und du machst einfach fabelhaft, zählt das ja auch alles, was besser ist. Zählt das auch, dass wenn du einen Fünfer machst, dass das passt? Oder muss man wirklich einen Dreier machen? Das würde mich interessieren. Eigentlich müsste es genauso sein, wie es hier steht, aber bei Niantic ist alles möglich. Wenn ihr schon Level 47 seid, schreibt mal bitte rein, welches Pokémon ihr gemaxed habt. Jetzt möchte ich hier auch nochmal gucken. Das kann ich abholen für den Stempel. Die Level 43 Belohnungen kann ich abholen. Ich muss aber noch ein Pokémon entwickeln. Ich bin mal gespannt, ob 43 dann fertig ist. Wir entwickeln einfach ein Unratytox, weil es so genial aussieht. Entwickelt 43 Pokémon. Das ist glaube ich jetzt die dritte Seite schon auf dem 43er Spezialforschung. Würde ja vielleicht passen, ne? Drei Seiten auf der 43er Spezialforschung. Holen wir mal ab und gucken, ob es dann fertig ist. Es gibt sogar drei Knuspe, 4300 Staub und Erfahrungspunkte und die Superbrutmaschine. Bitte sei fertig, oder? Oder braucht ihr noch mehr? Wie lange geht das, Mann? Level 43 Herausforderung ist theoretisch fertig. Keine Ahnung. Also alles ist hier fertig. Ist wahrscheinlich der Abschluss, sind nur noch Belohnungen in ein wildes Ninja-Tom. Okay. Nehmen wir davon halt mal eins mit mit Schnellfang-Trick. So, ist das jetzt drin? Ne, ist nicht. Müssen wir es halt nochmal abholen. Komm Ninja-Tom. Was ist das immer an den Rand fliegt, Mann? Kann das nicht einfach in der Mitte bleiben? Komm mal zurück hier. Curven einfach falsch rum. Ja, hätte ich es lieber mit dem Daumen gemacht, dann ist es doch sinnvoller, nach da drüben zu werfen. Es kommt natürlich wieder raus. Es geht wieder an die Seite. Jetzt nehmen wir den... Oh, es kommt in die Mitte. Und es haut wieder ab. Was für ein dreckiges... Immer mit Geduld. Nicht durchdrehen. Das ist wichtig. Und denkt dran, ihr habt unendlich viele Versuche. Nutzt das ruhig und nehmt ruhig die doppelten Bären mit. Ihr könntet das auch natürlich jetzt mit roten Bällen fangen. Es kann ja eh nicht abhauen, ja. Mann, jetzt hat es doch in der Mitte gesessen. Und dann war der Ball natürlich zu kurz. Immer mit der Ruhe auf jeden Fall. Lande drei großartige Curveball-Würfe. Das ist auch schön. Und es kommt wieder raus. Wir haben Zeit. So, nochmal großartig. Wenn es jetzt rauskommt, versuchen wir es auf einfach fabelhaft. Ja, das dachte ich mir. Jetzt bleibt es nämlich drin. Bewerten wir natürlich, weil es aus der Forschung ist. Und es ist ein schlechtes. Wunderbar. Die Kapitelbelohnung gibt es aber auch noch. Und auch drei XL-Sonderbonbons. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, was jetzt da als Pokémon-Belohnung erscheint. Irgendwas Heftiges muss doch noch kommen. Ein wildes Galapafloss. Ist auf jeden Fall auch selten. Habt ihr schon mal ein wildes Galapafloss gefangen? Wann habt ihr das letzte Mal ein Galapafloss gebrütet? Wahrscheinlich noch nie. Wenn ich das Pokémon jetzt sehe, denke ich mir, hä? Was ist das denn? Wo kommt das denn her? Ich habe schon die Entwicklung, auch in Lucky, auch wendig und weiblich. Aber ich könnte mich nicht erinnern, dass das Pokémon überhaupt im Spiel ist. Nein, auf jeden Fall. Das ist doch seltener als Capuno, seltener als Milzer, seltener als alles zusammen. Ist jetzt die 43 fertig? Ja, die 43 ist fertig. Wir können bei der 45 jetzt aber die ersten Kapitel abholen von der Spezialforschung und uns da den Rest angucken. Und dann sind wir auch gleich durch und arbeiten natürlich auf Level 47 hin. Ein Frigometri. Das ist auch cool. Passt jetzt, wo das Pandifrost-Event angefangen hat. Also das Galapandimos-Event. Ist sogar ein grüner Kreis. Ja, schießen natürlich trotzdem daneben. So rum wäre das nix. Vergess es einfach um die Uhrzeit. Guck dich auf die Uhr. Das nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Werden das auch noch bewerten. Frigometri auch. Frigometri auch. Seltenes Pokémon gab es beim letzten Mal einfach so. Und jetzt nicht. Und jetzt nicht. Mal schauen. Auch schlecht. Aber die Aufgaben, die drinstehen, sind wahrscheinlich auch schon von der nächsten Seite von Level 45. Gewinne 45 Mal in der Go-Kampf-Liga. Fange 45 verschiedene Arten von Pokémon. Verdiene 45 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel. Das ist schon ein bisschen aufwendiger, sage ich mal. 45 Pokémon-Arten. Ja, das kommt mit der Zeit. 45 Bonbons durch Spazieren. Also 45 Kilometer, wenn ihr ein 1 Kilometer Pokémon habt. 45 Mal in der Go-Kampf-Liga. Kämpfen. Ihr müsst nicht gewinnen. Nur kämpfen. Egal. Das machen wir alles mit der Zeit. Ansonsten sind wir jetzt hier eigentlich fertig. Und ich frage nochmal an euch. Ich habe ja gesehen, ein paar Leute in meiner Liste sind schon Level 47. Welche drei Pokémon habt ihr gemaxed auf Level 46, um Level 47 zu werden? Das war es von meiner Seite aus. Ansonsten könnt ihr reinschreiben, wie weit ihr ungefähr seid. Was ihr bisher krass fandet. Was ihr zu leicht findet. Was ihr zu schwer findet. Wo es bei euch vielleicht scheitert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.